Die Komödie «Thanks for Sharing» erzählt vom sechssüchtigen Adam, der zu Veränderungen zwungen wird. Wo er nämlich die schöne Phoebe kennenlernt, die kein Interesse an suchtgelagten Männer hat, will er sein Problem um jeden Preis in den Griff bekommen. Darum schliesst er sich einer Selbsthilfegruppe an und lernt dabei Menschen mit denselben Problemen kennen. Ein witziges Filmvergnügen mit Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow oder der Sängerin Pink. Es ist wo meine Demons hide. Dude, everything in this city makes me want to act out. Just remember, one day at a time. You're the one who told me I couldn't take the subway anymore, so now I'm out there biking for my life like El Postino. Italia! Oh, shit!